so wir sehen hier den weihnachtsmarkt der hat sich jetzt hier geöffnet weil ich hier die quest habe ich soll enten rauf werfen daher sieht man auch hier in sektor 4 wieder den weihnachtsmarkt und jetzt schaue ich mal wie viel endlich brauche es müssten 75 sein das kann man auch hier nachschauen und der quest kette müsste das jetzt stehen ja genau hier sieht man 75 brauchen wir und die werde ich jetzt doch gleich mal anwenden schreibt hier rein 75 und man sieht ja 70 ist okay wenn ich eines mehr geben dann kommt der einrufzeichen dass sie schon zu viel brauche ich nicht so viele bestätigen und dann auf den anderen grünen und somit ist diese quest erledigt und der weihnachtsmarkt wird ihm wieder abgebaut bis wieder eine quest kommt wo man ihn braucht ja jetzt wird er abgebaut das sieht man dann jetzt hier eben gut soviel zum weihnachtsmarkt